Zwar ich's, der den gepullt hat. Oh nö. Oh nö. Und das ist noch ein Wasser, Mage. Aber hey, immerhin ein bisschen Action hier mal. Nee. Nee, lass das mal. Lass das mal, das ist nicht so nett. Au. Aua. Aua, 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 Aua. Ah! Ai, ai, ai. Ah, weg, 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 weg. Und was? Nein, nicht essen. Ach kacke, ich habe wieder nicht geswatcht, geswitcht, geschwatscht und geschwatzetet. So. Enne. Gen-nach-den-en-en. Le Nord. Nordwest. Tatsächlich sogar diesmal. Nicht nur Kanyes Tochter, über die sich alle amüsieren, die mir aber vollkommen egal ist. Ich werde die eh nie kennenlernen. Und wenn doch, dann kenne ich die halt. Oh nein. Direkt wieder alle gepullt. Verdammte kacke. Verdammte kacke. Oder wie sie in Frankreich sagen, kacke. Ja, das sagen sie so in Frankreich. Ich bin schonmal über Frankreich drüber geflogen. Aua, nicht hauen. Ja, genau. So ist okay. Aua. Fast. Fast, 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 fast. Mano. Mäh. Ihr Verrückten. Ihr seid grün. Ihr müsst verrückt sein. Okay, es ist ein bisschen diskriminierend gegenüber allen grünhäutigen Menschen. Es tut mir leid. Wenn du grün bist. Es tut mir leid. Und wenn nicht, dann auch. Wenn du jemanden kennst, der grün ist, der sich jetzt eventuell angegriffen fühlen könnte. Es tut mir leid. Ja, der Oga blieb weg. Pam, Pam. Okay, erstmal hier auf den... Auf den, den, den Ranger. Nachher holt er noch seinen, seinen riesen Maschinenteil. Und dann ist aus. Im... Schalottchen hier. Da ist Licht aus. Klamm. Langsam aber stetig. Ich bekomme keinen Schaden. Das ist schon mal ganz gut. Oder... nahezu keinen Schaden. Einfach... ein bisschen trickseln und ein bisschen Athletismo. Nein, nein, nein. Du heilst dich jetzt nicht. Du heilst dich doch jetzt nicht, du. Das ist Cheating! Yeah, der eine ist hier nicht so tot. Und Ricky direkt auch. Oh Gott, Ricky. Ah, Ricky, du bist so... so witzig. Ja, Ricky, du bist so witzig. Süßer Ricky. Ein Maulwurf. Ah, da. Da, 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 da. Das kann man eigentlich auch so machen, oder? Nee, das schadet nicht so weit weg. Yeah! Wer ist der Größte? Ich bin der Größte. Und du bist der Größte. Ja, Ricky, du bist der Größte. Du bist der Größte Ricky. Ja. So. Haben wir genug gefressen. Jetzt. Ja, bitte. Danke. Und ein bisschen Potion hier. In die Potion, komm! Feucht dich. Und da kann ich nicht drum rum als den Uga auch zu pullen. Ist der Wassermätsch, beide? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Scheiße Wassermätsch, eh. Hö, hö. Aber hey. Yeah! Haben wir denn umgehauen? Ich bin so umwerfend. Fapam. 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 Gah. So. Tju, tju, tju. Okay, das war verschwendet. Aber hier jetzt. Heieiei. Lady Orc. Wären sie so freundlich zu sterben. Vielen Dank. Und jetzt muss ich was trinken. Hahaha. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Das war knack. Vor allem war's knack. Und jetzt die olle Watzermätsche. Mätschen. Du bist mir nicht nützlich. Vor allem die killt ja unseren Ricky in paar Schlägen. Was ist denn das für eine Verarsche? Mann! Ja, hier. Komm. Ha, umgehauen. Yeah. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Nein, nein, nein. Schau. Nee. Nee, nee. Wah. Ah, jetzt trinkt sie auch noch was. Ich glaub, es geht los. Haha. Ja. Und was trinken. Oh man, 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 oh man. Hi. Weg, weg, weg. Ah, gut. So. Es haben deine letzten Tage gezählt worden sein. Tut, tut. Ja jetzt, man, man, man. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Nein, glastet ab von mir. Ich bin doch nur ein armer Magier. Mie, 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 mie. Okay, gut. Hör endlich auf. Jetzt isser aber genug. Oh Mann, oh nein, der springt ja. Die Kackwurst springt mit ihrer Keule. So, jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Wuhahaha. Yeah. Nice. Und das war nicht mal ein Endgegner, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, was erwartet uns noch da drin? Was erwartet uns? Ja. Erstmal, Muffin. Nee. Katschi. Hoppidi, 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 hoppidi. Und noch einer. Und was klimpert da doch? Was klimpert denn da? Ist da ein Schmied? Ist da etwa ein Schmied? Erstmal Vorsichtshalber. Achso, ja, das sind diese Dinger. Was passiert, wenn Ricky darin steht? Hey, Ricky. Stolz doch mal rein. Autsch, das tut ihm weh. Anscheinend. Oh, mir auch. Oh nein, nein. Ricky, pass auf, du Trottel. Gut, das war der Raum hier. Das war dieser eine Raum. Jetzt gibt es hier ein paar Treppen, die ein bisschen uneinsichtig sind. Oh Gott, und Käfer. Und Magier. Ochs. Ochser. Fiese Orksen. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Die Käfer sind ja Fernkäfer. Oh nein, oh nein, oh nein. Au, 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 au. Darauf war ich nicht vorbereitet. Denn dieser Käfer ist leider überhaupt nicht pflegeleicht. Erstmal vielleicht den Orxe. Orxa. Orxi, Borgsi. Oh, man. Na gut, haben wir den wenigstens erledigt. Hermetisch abgeledigt. Eine Lady. Ich bin eine Lady. Nein, ich bin keine Lady, aber der Käfer ist eine Lady. Bist du eine Lady? Oder Rikki, bist du eine Lady? Ne, vielleicht. Rikki ist eigentlich eine Lady. Nein, du bist keine Lady. Warum nicht? Ich weiß nicht warum, aber du bist keine Lady. Hey, lieber Käfer. Ich könnte dir... Weiß ich nicht. Was rammt ihr auf Käfer? Aber eigentlich ist es klar, ich will kein Käfer sein. Oh man, so viel Ärzte Zitate. Das war tatsächlich einmal mein Lieblingslied. Ich will kein Käfer sein. Nein, nein, nein. Ich will... ...kein Käfer sein. Ein Käfer kriegt nie einen Kuss. Er hat auch ziemlich kleine Ohren. Aber dieser Käfer hat ziemlich große Ohren. Muss ich gerade feststellen. Da ist das Lied nicht mehr angebracht. Nein, ich halte ab sofort die Klappe. Na gut, genug Klappe gehalten. Es funktioniert nicht. Nein, ich wollte das machen. Yes. Und jetzt habe ich einen Tag verschwendet. Na toll. Und ich habe die Münzen da nicht aufgesammelt. Münzi Münz. Münzen und ein... ...noch ein Stab, der sehr stark ist. Gucken wir uns das mal an. Der ist Power 20, der ist Power 17 und der ist Power 1. Und der ist stärker als der, den wir jetzt haben. Alter, wo kommst du denn her? Was soll das denn? Oh nee, jetzt sag nicht, dass die wieder spawnen, ey. Oh nö. Das ist wenigstens was zum Leveln. Ein bisschen mit Adventure, Spielspaß und Überraschung. Oh Gott. Was wollte ich sagen? Naja, sie spawnen tatsächlich wieder die Kackvieger. Oh nee. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Äh. Lass mal ein bisschen Abstand gewinnen. Und drinken. Drinken, drinken. Fleehend, drinken. Ey, wenn der Ork aber... Äh, der Oga auch wieder auftaucht. Das ist ja... Das wäre ja eine richtige Kacke. Die können doch nicht einfach so schnell wieder spawnen. Boah. Naja. Kann ich jetzt. Wenn ich da drin bin, dann müssten die doch nicht direkt neben mir spawnen können. Ich fühle mich jetzt ein bisschen verarscht. Also, der ist stärker als den, den wir ausgerüstet haben. Der hat Damage 8. Und ein schnelleres Tempo sogar. Okay, den nehmen wir mal. Achso, wir haben ja zwei Sachen. Ach, ja, stimmt. 8 ist weniger als das. Ja, gut, dann bleiben wir bei dem Dresdner-Zieher. Bei unserem Dresdner-Zieher. Bei unserem Dresdner-Zieher. Da. Müssen wir unsere. Ich muss die überhaupt bei dir hier so. Ob es einen Unterschied macht zwischen Left und Breit, das weiß ich nicht. Hallöchen! Oh Gott. Ah, ich versuch's einfach. Ah, ich versuch's einfach. Kami-Katze, wer auch immer solche Katzen züchtet. Oh Mann, ich bin schon tot. Das ging schnell. Ja, ich denke, der Dungeon-Run hat sich damit erledigt. Nee. Das ist doch nicht nett. Bist du Freund oder Feind? Meckum ist ein Freund. Hallo, Meckum. Do I know you? Oh, sag doch mal was Neues, bitte. 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 So. Kätzchen. Pampe-dam. Pampe-dam. Amsterdam. Katzen sind... Damn fein. Nein. Pampe-dam, pam-p-p-p-mam. Es ist so ein schöner Stamm-$errhythmus. Ah. Pampo-tom. Pamprechen. Pampe-pm. Pamp-m. Pam-p-p-p-pl-p. Pampe-tum. Pampe-tum. Katze. Katzen 10. Katzen πön. Ja, das macht die Katze. Jo sjk detlo. EUbę. Joip je hellro. Pampe-tam квар΁pl – bei sowas geht es mir 365- کیosier só. Ich wünschte, dass man ein Potion behalten würde, wenn man das direkt danach im Trinken abbrechen würde. Und das Leben wieder nicht, also ne, ohne dass das Leben hinzugefügt wird, sondern es einfach abgezogen bleibt. Oh Gott, das erinnert ja an Legend of Zelda. Hühnchen! Hühner machen Jagd auf mich! Aber nur, weil ich mich mit Feuerbällen abschmeiße. Oh Gott, jetzt habe ich ganz viele Hühner umgeworfen. Wie war das? Wenn ein Hühnchen auf dem Rücken liegt, dann kann es nie wieder aufstehen. Oder verwechsel ich da was? Yeah! Hühnchen! Oh ja! Jam, jam, jam! Ne, lecker! Also, ich stehe auf Hühnchen. Aber nur zum Essen. Wir haben doch noch was im Kühlschrank. Ah, Bummelbiene. Eine kleine Bummelbiene. Wow, jetzt macht sie gerade hier fetten Shit! Alter! Oh, fliegt so hoch einfach! Ich glaub's ja nicht! Saison, Saison, Frau Biene! Oh, tot! Das war eine Kurzunterhaltung. Saison, Saison, Frau Biene! Saison! Also. Hier sind ein paar Skullbears. Wie Skullbears will ich nicht herausemfordern. Die Snow Beatles ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin froh das Rekki. Die Oplank. Oh, Kacke! Kacke nein! Kacke nein! Lass mich in Ruhe! Oh, verdammte Scheiße! Nein, 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 nein. Ah, ich muss aber trinken. Pimpitim, pimpitim, pimpitim. Oh Gott, es sind drei hinter mir her! Wie viel ist hier denn keiner? Hey, hilf mir! Oh nein, du bist feindlich! Das ist doch wie hier Murphys Gesetz. Suchst du mal, wen freundlich ist? Dann ist es, wer feindlich ist. Suchst du, wen feindlich ist? Dann ist es, wer freundlich ist. Die Welt ist gegen mich. Tja, kann man nicht machen. Oh, wie ist denn du? Ein Hase mit verkniffenen Augen. Ist da noch wer hinter mir her? Ich gehe kein Risiko ein. Ui, schön. Schön! Das sieht ja krass aus. Inspirierende Natur. I am inspired. Ich bin vollgekotzt worden von Speien. Verstehst du? Oh mein. Ja. Ähm, wollen wir da mal hoch? Wollen wir. Ich frag euch gar nicht. Also ich frag euch, aber ich erwarte nicht mal eine Antwort. Ähm. Hm. Vielleicht doch nicht. Ähm. Und hier. Vielleicht. Oh, ein Feier. Pferde. 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 Ähm. Sind sehr fertig. Oh, Leftovers. In grün. Das ist vielleicht. Äh, Plutanium. Plutanium. Plutanium vor allem. Ich bin ein Chemie-Expert. Das hört man sofort an meiner Stimme. Denn... Ich rede nur mit Helium. Hoho. Ne, Helium. Helium wär ja irgendwie so, ne? Keine Ahnung. Ich hab nicht so viel Helium da. Nie. Oh, eine Folge mit Helium. Das wär cool. Musst man besorgen. Kauft mir Helium. Mehr Helium. Für weniger. Äh. Tiefe Stimmen. Oh, ein Ogre. Hatten wir ja gar nicht. Eie. Ich hab versucht, dass ich das irgendwie rauskriege, aber... Und das ist auch das Ruckeln gerade. Oh Gott, warum ruckelt das so? Psychonauts hat fertig gerendert. Yeay. Das Spiel läuft doch ein bisschen flüssiger. Äh. Fast. Hm. Warum läuft es ruckeliger, wenn ich es fertig gerendert habe? Das macht keinen Sinn. Kein Sinn. Ist auch ein Sinn. Kätzchen. Nein, das war Unsinn. Ist auch ein Sinn. Na egal. Miep, miep. Hey, Goblin. Mr. Goblin. Was sie tun hier? In die fernigen Wildnis. Das ist doch kein Ort für eine kleine Zwerg wie sie. Äh, Goblinzwerg. Goblerg. Eigentlich sind Goblins auch noch Orkzwerge, oder? Ach, die Evolution von Fantasywelten. Eine Welt für sich. Eine Wissenschaft für sich. Ah. Na, es ist gleich vorbei. Es ist vorbei. Ost nicht mehr zu leiden. Ich bin so bärenherzig. Bärenherzig. Bin bärenherzig. Gib mir ein Bärenherz. Das bin dann ich. Miep. Okay, ein Level-up kriegen wir noch hin. Äh, dafür können wir vier Katzen töten. Oder eine sehr starke Katze. Eine Raubkatze. Wo sind die Tiger? Tiger. Äh, wo geht die Wu? Hu, 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 hu. Ich kann Tiger nicht nach... Tiger vor allem. Tiger nicht nachmachen. Miau. Was war das? Und ich habe es in nichts investiert. Ähm... Was machen wir da? Mana-Shield. You're protected by a Magic-Shield, which absorbs damage for up to 30 seconds. The cooldown lasts 19.09 seconds and you absorb 9.09 more damage. Aha. Und danach können wir uns... Ui, teleportieren. Ha. Das ist gut. Aber wir können auch unseren Riki stärker machen. Oder wir können schneller schwimmen oder klettern. Erstmal hier. Oder wenn wir das ultra stark und schnell machen. Hm. Aber hier steht auch kein Schaden. Ah, ne, doch da. Knockback. Komm. Wir wollen das einmal. Einmal so. Ausprobieren. Äh. Das habe ich immer kein zum Kämpfen. Na, Katze. Kämpfen hier. Geil. Okay, das ist Wul... Das ist ultra geil. Richtig gut. Wer? Mega. Okay. Okay, wenn ich das... Upgrade, dann wird's... Cool. Okay, ne. Oder mache ich das so? Ja, komm. Ja, komm. Ich will mich auch schnell teleportieren können. Hammer hat gelernt. Und wisst ihr was? Ich weiß schon genau, wozu das gut ist. Ich habe jetzt zwar keine Zeit gesetzt. Ich weiß nicht, wie lange ich es schon aufgenommen habe. Es ist nicht so lange. Weil ich will morgen schon eine Folge raushauen. Warum weiß ich nicht, ob das das Ende einer Folge sein wird. Zu viel Gerede. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen... Wir gehen noch schnell zum Lagerfeuer. Schmeißen uns... Auf das... Dingsbums hier. Stehen auf. Klemmen uns eine Mundharmonika zwischen die Lippen. Verablieben uns für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Es war mal wieder wunderbar mit euch. Ich hatte eine tolle Zeit. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Mit YouTube. Vösch. Vösch. Vösch.